Die 6 besten Harry Potter Brotdosen im Test Ich habe die Skoolie Trinkflasche Harry Potter gekauft und bin total begeistert. Das Design mit dem Harry Potter Motiv ist sehr ansprechend und meine Kinder waren sofort begeistert. Die Flasche ist aus Kunststoff und BPA frei, was mir sehr wichtig ist. Sie hat ein Fassungsvermögen von ca. 500 ml und einen integrierten Strohhalm, was das Trinken für meine Kinder einfacher macht. Die Trinkflasche eignet sich perfekt für Kindergarten und Schule und ist sehr praktisch. Ich kann sie nur weiterempfehlen. Ich habe kürzlich die Wietcoco Brotdose aus Edelstahl mit Fächern gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Lunchbox hat eine Kapazität von 1400 ml und ist auslaufsicher, was sie perfekt für den Transport von Lebensmitteln macht. Außerdem verfügt sie über Trennwände, die es ermöglichen, verschiedene Lebensmittel getrennt voneinander zu transportieren. Die Brotdose ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet und eignet sich perfekt für den Einsatz in der Küche, im Haushalt und unterwegs. Ich würde diese Lunchbox auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe kürzlich die Kinderlunchbox MB Tresor Raccoon von Monbento gekauft und ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Die Box hat drei Fächer, was perfekt für die Aufbewahrung von verschiedenen Lebensmitteln ist. Außerdem finde ich das Waschbär-Design sehr niedlich. Die Box ist BPA-frei und lebensmittelecht, was mir als Elternteil wichtig ist. Mein Kind kann die Box leicht in die Schule oder zum Park mitnehmen und das Essen bleibt frisch und gut organisiert. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde es anderen Eltern empfehlen, die eine praktische und süße Lunchbox suchen. Ich habe die Brotdose Harry Potter Kids Lunchbox mit drei Fächern für meine Tochter gekauft und bin sehr zufrieden. Sie ist ideal für die Schule oder den Kindergarten, da sie drei Fächer hat, in denen ich verschiedene Snacks und Obst aufbewahren kann. Die Box ist auch sehr robust und bietet ausreichend Platz für ein Brot. Meine Tochter liebt das Harry Potter Design und ich bin froh, dass es auch nach mehreren Monaten noch in einwandfreiem Zustand ist. Ich kann diese Brotdose jedem empfehlen, der eine praktische und ansprechende Option für den Schulbedarf sucht. Ich bin begeistert von der Edelstahl-Brotdose. Die auslaufsichere Bento Box ist ideal sowohl für Erwachsene als auch Kinder und bietet ausreichend Platz für eine gesunde Mahlzeit. Die entfernbaren Trennwände ermöglichen eine individuelle Anpassung der Box und machen es einfach, unterschiedliche Speisen zu transportieren. Die Box ist umweltfreundlich und BPA-frei, ich bin beruhigt zu wissen, dass ich auch für meine Gesundheit sorge. Der Deckel schließt fest und die Größe von 800ml ist für mich perfekt. Eine klare Kaufempfehlung. Ich habe die Harry Potter Brotdose für meinen Sohn gekauft und ich bin sehr zufrieden. Die Brotdose ist perfekt für die Schule oder den Kindergarten geeignet und hat genug Platz für sein Mittagessen. Die Qualität ist super und die Harry Potter Design ist sehr schön verarbeitet. Was ich besonders mag, ist, dass die Brotdose leicht zu reinigen ist und auch in der Spülmaschine gewaschen werden kann. Ich kann diese Brotdose auf jeden Fall empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.